dinotastische grüße ihr werten freunde der grünen natur und willkommen zurück im höhlenbiom von arg valguero wie immer meiner seite meine partnerin im koop asgard 86 man engel wie geht's dir hervorragend hervorragend und wie geht es dir blendend blendend danke dass du nachfragst mir geht es natürlich wie immer blendend denn die heutige folge ist eine ganz besondere folge wenn diese karte hier stimmt die ich gerade in den händen halte dann gibt es hier unten eine sehr sehr rare ressource und die werden wir uns heute schnappen wenn wir sie finden können dafür muss ich aber erstmal wieder in die ego perspektive mit t dann muss richtig nach vorne und richtig auf die karte gucken ja das wird ein bisschen friedlich das wird auf jeden fall ein bisschen friedlich aber ich glaube in die richtung müssen wir in die richtung müssen wir und wenn wir glück haben finden wir diese ressource ja ach so ja stimmt das kennt ihr noch gar nicht das ist hier unsere provisorische base die wir in der zwischenzeit gebaut haben nichts nichts besonderes schlicht gehalten die beronix lassen wir heute mal stehen wobei ich werde meinen mitnehmen in der cryo zelle falls wir irgendwie unterwegs tauchen wollen richtig weil es da irgendwo ein kleines sächen ist ich kann ja mal kurz rein laufen gehen diese rare ressource wir holen uns nicht einfach nur weil wir sie haben wollen sondern die holen wir uns weil wir uns vorbereiten wollen für die radioaktive zone dafür brauchen wir denn denn her zu richtig den herz und der schützt uns vor der strahlung und damit wir diese diese zone dann auch mal erkundigen erkunden können ach so ja und piratu bleibt hier heute weil ganz cool ihr habt es vielleicht schon gesehen auf dem rücken von rafon hier mein neues schultertier erlegt und gezähmt von von meiner bezaubernden begleiterin du hast da noch nicht dabei ne ich habe noch keinen geholt okay alles klar da bin ich erstmal für das licht zuständig ne musste mir neuen shortcut legen im mode abspielen tada sehr cool ja der piratenhund rex habe ich ihn genannt ganz klassisch ein altdeutscher hundename rex kommissar bald doch jetzt an ich wurde mal ach so der ist wieder ausgegangen weil es hell ist ne das musste man noch einstellen der muss wie wir da wenn du sagst dass das so war dann dann wird das aber man konnte hier noch einstellen dass er leuchtet wenn es hell ist ach wie dem auch sei los geht's wo bist du wohl noch ein bisschen den platz gemacht bei ja durch das raus dingsten ja komm lass uns die hole jetzt wollte ich gerade mit absicht noch mal den den versprecher hier bringen die höhle erkundigen und sagt hole lass uns die hole erkundigen vorsichtig abspringen abspringen das war knapp wobei haben rabons erst falsch haben überhaupt offensichtlich nicht offensichtlich nicht so ja die richtung weiter so ein bisschen eine abbiegung nehme ich würde mich für links entscheiden da vor kurzem der offizielle welt links händer tag war nur mal so am rande ne erhebt euch ihr links pöter und folgt mir ins gelobte land was ist da was ist das was ist das da leuchtet was am boden was ist das der ist neue kenne ich nicht das ist ein schulter tier kann das leuchten ich würde eigentlich gar nicht wissen der kann bestimmt leuchten kannst du dir um das ist erst mal bitte vorbeiziehen weil die sind noch nicht so richtig geilo ich glaube deiner kann besser austeilen meiner kann lauter brüllen oh mein gott und ich bin vergiftet wegen der gasball ja ja ich ausstücke ich ausstücke ich krieg okay alles klar ich kümmere mich um dich was sind das für blutegel hier also bei den gaspots wenn der ausströmt ja habe ich vergessen gehabt dann sollte man nicht da sein aber wenn es jetzt aufgehört hat dann kannst du die bubble einsammeln stimmt wir brauchen ja auch gas wir brauchen ja auch gas für die anzüge also sollten wir mal die augen offen halten das ist man merker machen wir sind jetzt gerade nicht zu hause deswegen können wir das ding nicht bauen aber den gas sammler für die aufnahme pause okay aber das andere die andere rare ressource die die gibt es wahrscheinlich nur hier unten wobei ich will dadurch meine hand ins feuer legen aber die brauchen wir auch dafür brauchen wir nichts weiter als unsere spitzhacken mehr sage ich aber nicht aber die die rote ächse der war auch gerade cool ja so hier und dann links hoch mal am besten vorsichtig da schwimmt was ein angler sehr schön da ist er wieder der der aqua pack weil man kann auch aus ort auf dem map geschleudert werden das ist unsere drohe lasst uns gehen kommen wir überhaupt hier hoch mit den raum und erst nene da wo wir waren hätten wir bleiben sollen und dann da hoch gehen über die brücke natürlich jetzt schade aber müssen wir jetzt durch aber wir sind schnell gerne panik wir können auch den aufstieg nehmen los flitz rüber was ist denn da los spino haben wir auch noch kein das stimmt oh was ist hier ist das na ist das vielleicht ja es ist ja ne es ist nun bei ronex die exe hier das vieh hier mit dem komischen mit dem queren kopf genau richtig mit dem kam das ding meinte ich vorhin der kann auch schwimmen sondern haben auch noch nicht wo bist du hin wo bist du hin da geht's aber der bald doch endlich ein leuchttierchen 1 was was leuchten kann und darüber hinaus sehr viel tragen können so hier ist nochmal green gem wir kommen der sache näher hier waren wir auch noch nicht vor allem das recht ich habe ja schon philosophiert haben wir schon alles gesehen vom aberration gebiet ein job so in die richtung müssen wir weiter ich hoffe mal dass das ganze hier unten stattfindet oh schön willst du da mitnehmen hast du noch eine kryokapsel offen ach nee die muss musst du dir nicht anfüttern ja also entweder müssen wir sehr viel weiter nach unten hier oder sehr viel weiter nach hast du green gem gefunden cool ja ich habe green gem in dem ding drin gehabt grüne lutscher splitter apfelgeschmack nur hier unten in der operation glückstein glückstein oder wie war es lutschkiesel haben wir es so genannt lutschkiesel der lutschkiesel der lutschkiesel der hat früher pushpop gehabt oh ja das kenne ich auch noch oder diese riesen lutscher schnuller ja ja und dann sind wir am anträgen ähnliches irgendwas ja und den gibt den regen genau stimmt den kannst du auch ablutschen und dann gab es noch so ein ring den kannst du auf und zu klappen sehr strange so ähm ich glaube wir sind zu hoch zu tief irgendwas in die richtung aber wir machen einfach mal weiter es kann sein dass wir da hoch müssen siehst du das da müssen wir irgendwie hoch da oben haben wir eine sipline noch ne nicht wirklich gibt es hier irgendwo eine sipline ich habe noch keine gesehen ne wir können aber selber eine schießen ich kann ganz kurz zurück zum camp und dann dann komme ich wieder ok und wir setzen ja einfach einen cut und dann haben wir haben wir auch gleich äh haben wir die sipline können da hoch ok also wir sehen uns wieder in 3 2 1 ja ich konnte aber nur jetzt erstmal zwei gas kollektor bauen und vier siplines mehr ressourcen hatten wir jetzt gerade nicht da gehabt ich gebe dir mal die gas kollektoren ok ok dankeschön wow war den super schwer wow 28 Ocken man mag es kaum glauben so ähm anchor auf die armbrust ne genau auf die armbrust genau auf die armbrust auf die armbrust ich habe nur einen compound bogen aber natürlich halt äh pop okay so hoffen wir mal dass ich einen guten schuss treffe hoffentlich ist das auch nicht zu weit aber guck mal ja in der hoffnung dass wir hoch genug kommen wir können erst mal auf den pilz und dann auch nach rechts darüber ich glaube darüber das wird ich probiere das geht er hat nicht funktioniert aber ich glaube der wird dann auch nicht abgezogen oder doch weit ist so weit hier also geht dann über den pilz über den pilz und hat auch nicht funktioniert ich habe nur noch ein ich habe nur eine sie bleiben der schuss muss sitzen das wird ziemlich doof jetzt dafür die folge das ist verdammt dunkel hier hast du noch knicklichter willst du auch jetzt mal eins ein bisher nicht so schlecht ich bleibe erstmal beim bald doch konnte man bei denen eigentlich die leuchtstärke irgendwie leveln der leuchttrad ist und das weiterleisten aber auch nicht heller wir müssen da guten tag okay jetzt sind wir auf jeden fall schon mal was denn jetzt los hunger okay die geißel der menschheit hallo hallo ja kino geh weg wir können uns in die hand nehmen und in den mund glaube ich war das ne ne zang stimmt sondern die hand so jetzt vielleicht jetzt vielleicht finden wir jetzt ein stückchen wo wir rüber können wir wir sind vor allen dingen sehr mutig dass wir pilze durch machen bei in diesen pilzen jetzt erinnere ich mich gab es mal diesen einen komischen der außer wie sonne spitzhut ja richtig der sah auch selber auch rot denn dann hat man auch schon in der letzten folge erwähnt gehabt nur den hätten wir eigentlich schon dreimal begegnen müssen ich glaube den gibt es hier nicht in dieser operation version von ball ruhe hoch oder wir hatten einfach nur bis jetzt sehr viel glück gehabt ist gut möglich gut möglich kann ich aber nicht genau ich kann sagen aber da musst du nur den schwarzen pilz dabei haben und so einen dunklen pilz jetzt erinnere ich mich den hatte ich verwechselt gehabt mit dem gift wie kommen wir darüber verflucht ich glaube von da kommen wir mal was ich probiere mal was meistens sterbe ich dann aber ich bin heute wieder mal mutig komme ich hier hoch dem auf dem hat kommen was kristall ok cool jetzt ist so mal hier können alle bist du alles das ist ein bisschen friedlich wird ein wenig friedlich aber es ist auch ziemlich weit wieder ja es hat funktioniert sehr schön war der kuh sogar auf festem boden sehr schön wunderbar selbst bord am tag in der bau und hey lass dich besteigen von mir freund wohl wie was kannst du denn da also auf den sattel meine ich natürlich kommen näher zu bereiten kommen näher zu breiten jetzt wird es wieder wie war das noch mal wie war die dreh funktionell dass es brüllen wenn das mit sie geht bei mir nicht kommen wir mal an bitte ich habe viel rum gespielt bei mir also fadenkreuz muss an sein und dann hauen und auf so eine linke maustaste ach so die linke maus nein ist das ist nicht springen alles klar und mit zehkern zu drehen ich nehme ich weiß es ja das muss ich später noch gucken ist bei mir freuen und mit der kanäle auf ich bin gleich wieder da nur ein kurzer moment oh man ich habe gedacht sie wäre bei mir x das ist nicht der fall naja einmal längst rumlaufen richtig mein fehler mein fehler oh hallo bravo sehr bruder ich dachte jetzt gerade ich werde zu dir geportet was auch immer ganz kurz gesagt hat bei dieser tasse oh hallo also die sache mit dem mit den dedizierten nicht dedizierten lokalen servern ist eigentlich läuft eigentlich sehr solide wenn es internet solide läuft es ist ein bisschen sehr tief an der selbst ja kommt man gar nicht hoch wollte springen vielleicht war ja auch ein bisschen zu ungünst weit weg von der ecke okay so ist wieder bitte fahren kreuz hallo fahren kreuz hallo faden kreuz und wie wir das fahren kreuz nicht kommen hat doch anmachen vielleicht dann wieder oder eine waffe anlegen und waffe ablegen alles cool ja also ich darf jedenfalls nicht x drücken weil ich auf dem seil stehe so viel schon mal klar ist ganz nett wenn das internet läuft bloß du wirst trotzdem so oder so wirst du immer das ist eigentlich ganz okay du musst du das letzte stück zu ende laufen was ich aber eigentlich sagen wollte ist du wirst so oder so ob dein internet gut läuft oder nicht wenn wenn man mit mit mehreren leuten auf einem lokalen server spielen wird man beim begehen einer höhle immer zum haus geportet so also sofern der haus sich in eine höhle begibt da kommt ja auch schon ja genau also wirklich nur zwei kleine fötchen längen bis vor die wand und dann und dann nach vorne und dann ich hau dir schön noch den pilz weg okay dann kannst du nicht gegen den rennen naja man kann sich auch drin ich dachte jetzt gerade war alles cool alles cool so und jetzt springen jetzt springen hat er noch ein stück jetzt springen und vorwärts das echt komisch der große sprung klappe die zweite los geht's wir glauben an dich asgard asgard jawohl sehr schön wird man sich doch gleich viel besser keine sorge unsere jeweils fünf vielversuche werde ich raus schneiden das wird nie einer mitbekommen zwinker zwinker kicher kicher ok ich weiß gar nicht wovon er sie es rede aber wir kommen der sache mehr ich bin guter dinge meistens war gut ressourcen waren immer weiter oben in so einem operation gebiet um gottes willen wir klären das nachher in der nachbesprechung aber das kann man besser machen ja und das ist ja das war nicht so geil okay okay da hinten ist noch was location ja ich glaube ich glaube wir kommen der sache wirklich mehr normal licht an bald doch licht war ich hab die taste schlecht belegt aber es macht ja nicht das ist wirklich wie wie damals wie lange wir wie lange wir mit den revangers durch die gegend gezogen sind wie oft wir eine metalltour gemacht haben bis wir dann gesagt haben wir müssen umziehen wir müssen umziehen und wie man ein altes flöckchen einfach mal von einer karkina da und einem sachen guck mal das ist noch du hast doch zwei gas kollektoren ne wobei nenn ich hier ein setz mal es ist so weit weg und zu hause dass wir hier wieder sind aber damit ja eigentlich relativ schnell auf der rücktour das war schon ein bisschen mitnehmen kann mach ersetzt bitte ein hin und den zweiten setzen wir unten das wird dann nachher in der aufnahme pause wenn wir dann weitermachen die vorbereitungen treffen die weiteren dass wir dann weil der ist eigentlich relativ schnell wenn er sammelt dass wir dann in der nähe ein haben okay alles klar merken wir uns ich gucke auf die karte alles klar bei diesem ein wasser alles klar so ja jetzt müssen wir mal ein bisschen die ränder abchecken da das meint ich gucke mal das leuchtet schon wieder so was leuchtet das gas ding das kann dir nicht mehr gefährlich werden wenn du das meinte nicht dahinten oh guck mal das rote dann ja das ist von diesem alten ring der alte ring da wo wo du in aber es eigentlich angefangen hast wenn du pech hattest okay ich möchte aber hier bitte weiter nach oben ich bin guter dinge dass wir hier eher richtig sind aber wir können uns das dahinter natürlich dann auch mal angucken das ist glaube ich ziemlich geht es nicht weiter hoch geht es überhaupt weiter hoch ist ja weiß nicht auch mal da gerade gemacht also die kugel nummer eins haben wir schon mal cool oder nummer zwei von kugel hast ja schon gesammelt oh jetzt schön metall ordentlich metall aber ich gehe jetzt nicht weiter nach oben glaube ich dass die erhöht die höchste position aber der lichtschein ist echt schön da hinten mir ist noch mal so ein ring dot race und dann gucken wir uns das allerdings mal an ja und irgendwann sind wir groß richtig nicht runterfall nicht runterfall manche dinos können nicht rückgärts laufen der ravenger kann das ja dann müssen wir aber irgendwas rüber schießen oder so ich bin ein paradies so meint ihr nicht wir kommen da vorne noch ein stück weit rüber eine subland bräuchten mal da glaube ich das würde ich sagen dann nehmen uns das auf dann ist das so die nächste erkundung aber wir sind hier noch nicht fertig erst wenn wir die ressource gefunden haben die magische alles entscheidende ressource wir müssen eventuell geht es ja noch weiter nach oben hier um die ecke dann ja das ding ist hier hast du unheimlich viele viele coole hochwertige ressourcen also metall generell ist natürlich immer eine feine sache bei arg aber ja organisiert dir mal hier oben wasser ja ohne wasser aus der echte poppes karte gesundheit kannst ruhig sagen heute ja keine ok gestern teilt du schatz wir wir sind ja jetzt noch mal einmal im kreis gelaufen ich habe jetzt den zweiten gas kollektor einfach mal noch schnell mit aufgestellt und ja dann haben wir wenigstens noch ein paar gasbölle ich habe jetzt schon 36 ja heute noch mal rein hier habe ich in dem einen wieder und der der neu aufgestellt ist da sind schon fünf und also ja wir an unsere gasbölle produktion kommen wir schon mal schnell voran ist schön sehr schön hat sich gut also wenn es sich lohnt ist okay dann dann stell die dahin aber ich finde einfach nicht diese rare ressource die super an dem spiel habe ich gelesen und hier selbst mit so einer weil sie nicht mehr oder weniger blumigen ortsangabe konnte ich das ding nicht finden einfach war oder am fernrohr auspacken und alles ableisten das muss hier sein nicht dass wir da fliegen konnten wir nicht hier drin wir mussten absteigen von unseren agentar wissen nicht dass wir da oben irgendwie hin klettern müssen oder sowas hier auf diese mittleren stein wo warte mal wo schatz komm mal bitte her also entweder habe ich jetzt hat den knick in der optik oder das ist doch hier kann man genau hierhin zu hier an die kante bitte und guck mal oben da liegen wie erste steine die sehen aus wie kacke bällchen guck mal links daneben siehst du das sie ziemlich blau aus ne sprich ist noch nicht aus das bringt unglück wir probieren mal was ich habe ein glück meinen kletterhaken dabei das ist zumindest schon mal blau nicht mehr verraten wir aber noch nicht mehr verraten wir noch nicht dass mich durch weißer kristall lass mich durch weißer kristall wow das aber gut versteckt also es gibt vielleicht auch noch andere locations oder so wo es das gibt aber ich glaube zumindest keine außerhalb von der operation wurde bin ich hier richtig das könnte echt friedlich werden hat ein knicklicht an knicklicht an mir befestigt wobei knicklich ich habe auch im bald doch naja ich bin so aufgeregt am so nervös möchte ich meine kletterhaken haben 9 und ich hoffe mal dass wir jetzt irgendwie nicht an die seite nicht an die seite ich guck mal ob ich den spot nochmal finde bin ich richtig ich hoffe der haken hält so lange ja du bist ein bisschen jahre weit rechts aber ja ist auf jeden fall genau der richtige felsen denn da hochkratzt ich werde nicht mehr ja oh mein gott da sind sie versteckt hier oben auf der felskante blue gem der blaue kristall wir haben ihn gefunden er war wirklich gut versteckt zwei so eine fleckchen gibt es die drei so eine fleckchen und die werde ich alle schönen jetzt fein säuberlich abfahren los geht's oh mein gott wirklich normalen kristall kriegt man dann aber auch außerhalb der höhle genau den normalen den grünen haben wir jetzt am anfang ja ja grün haben wir grün gibt es wie sand am meer hier aber aber die blauen nicht wir werden ja nicht drumherum kommen wenn das ding hier wieder respawn der blaue kristall müssen wir hier noch mal hin ich werde was ich werde versuchen hier eventuell ein mit den raos geht das ein vielleicht ein netzwerk aus siplines zu bauen wo man dann von von sipline zu sipline naja klar ständig hochklettern das hat mich jetzt gutes fünftel hat mich das von meiner von von meinen pickeln gekostet also von meinem kletter pickel wunderbar cool sehr schön haben wir doch noch erfolg gehabt man was lange wert wird gut aber wir haben mir auch echt jede menge jetzt vom blauen edelstein blu james welche richtung 371 habe ich bekommen ja müssen wir gucken müssen wir gucken wir haben ja wir haben ja relativ relativ ja für die normalen aber wir haben ja auch noch blueprints bei uns ohne ende bei uns in der mainbase da müssen wir vorher mal nach hause gehen und gucken welche welche konnte dazu mir wählen aus 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 hazard zu anzügen aber für den vanilla naja der wird aber ziemlich schnell kaputt geht wie dem auch sei die folge geht schon wieder viel zu lange ich spreche jetzt hier noch stylisch runter in der hoffnung dass ich nicht sterbe ja wunderbar nicht gestorben ich habe jetzt gerade mal geschaut für den vanilla da brauchst du einmal acht einmal 25 25 und nochmal 25 also für helms und brust brauchst du definitiv ja cool 20 sehr schön da werden wir uns auf jeden fall noch mit auseinandersetzen was wir da genau machen bald doch manchmal licht dann bitte für die abmoderation ja und das ist eine menge spaß gemacht ihr werten freunde der höligen höligen unterhaltung ja und wir würden uns darüber hinaus natürlich sehr sehr freuen sofern euch dieses dieses video helfen konnte oder es euch einfach nur unterhalten hat wenn ihr uns einen dinotastischen daumen nach oben geben würde und ja ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten folge wieder schauen reingehauen der leo und die 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 Vielen Dank.